Twitch So, jetzt haben wir nur noch Keinen mehr Namis hat man Pingo, Mutandente hat man Nico hat man, Cesco hat man, Diflo hat diese Zeandra, Lupus, Mine, Neusser wir haben alle wir haben 18 Leute und da warten noch mal hätten noch mal 10 gewartet entweder fangen wir beim nächsten Mal früher an oder weiß ich schon müssen wir mal gucken, wir müssen auf jeden Fall das Teilnehmerfeld begrenzen der Gewinner singt auf jeden Fall noch mal so, jetzt sind natürlich meine Mods gefragt es sind 18 18 Interpreten 18 Interpretinnen was? ne natürlich weiblich, Junge 18 18? ne, nicht 18 Frauen ne auch nicht 18 Männer ne wir haben 18 genau wir haben halt 18 genau wow wir haben halt 18 und hier fehlt noch jemand was? wer fehlt denn? hier fehlt noch jemand wer fehlt denn? ich hab ihn gefunden in Playtendo guck mal hier der will auch noch ja, der war nicht mehr da ne, ich ja doch hab ich gefunden und hab gedacht wer wegkommt der kommt bestimmt zu euch, wa? aber ach, der war eben im Raum unten drin aber jetzt gerade nicht, ne? ne, jetzt gerade nicht aber jetzt ich bin wieder drin geil ist die Ostern okay wow weg wow playtendo ne, dann bin ich mal weg ich bin, bin ich, ähm sing nicht besser als ich bintendo das sag ich weh okay ähm playtendo in welcher Verbindung stehst du zu Twitch? ich bin angehender Streamer seit anderthalb Jahren was heißt angehend? ich hab gestern meine 20 Follower erreicht also noch nicht so ganz groß okay, wie lang streamst du schon? seit anderthalb Jahren wow und ich stream halt Spiele die keiner mehr spielt so angefangen von NES bis N64 ah, okay, okay, okay da liegt der Hund begraben ja, okay okay ähm ja, Respekt an dich dafür schon mal anderthalb Jahre streamen 20 Follower da bin ich ganz ehrlich da hätte manch einer schon äh die Scheiße im Garten begraben, ne? ja, die flinkt den scoren auf gut Deutsch gesagt also Respekt von mir wirklich, playtendo wirklich ja, ich war auch schon ganz kurz oft dabei zu sagen ach, das wird eh nix aber ich mach, weil ich Spaß und nicht, weil ich Fame werden will bleib am Ball es muss dir das wichtigste ist es muss dir Spaß machen weißt du? guck mal wir zwei bekloppten hier und hat das ja auch Spaß weißt du? sonst würden wir das ja nicht machen genau und irgendwann kommt vielleicht dein, dein, dein dein Tag dein Tag und dann bist du da genau weißt du? vielleicht kann ich ja hier von dem Stream ein paar mitnehmen ja, richtig, genau also Leute, guckt vorbei genau, genau wenn ihr auf NES-Spiele spielt und sowas alles, ne? die alten Spiele Playtendo ist euer Mann dein Kanal heißt auch Playtendo nicht direkt, weil der Name irgendein Korea geklaut hat heißt sich Playtendo Let's Play also Playtendo LP nein Playtendo Let's Play zusammengeschrieben ohne dieses Komma ah, ok ok wenn meine Motte jetzt mal rausholen ähm ok was möchtest du für uns singen? du bist der Letzte ich singe das erste Opening von Pokémon was? von Pokémon Pokémon wenn ihr das nicht kennt das ist der beste Anime der je gemacht wurde wer ist ein Pokémon? mit Pikachu Gluram doch, kenne ich von meinen Kindern Junge das sind die mit den mit den Karten hier wo du betteln kannst und so und alles wie betteln? ja, kennst du wieder ist Englisch ne, ich kenne mittlerweile sind das aber keine Karten sondern Videospiele Animes Conventions wie Animes Animes spielen da auch mit was? das ist die Animes ach, die Letzte nie gestanden die Animes ja, Animes ich kann nicht wow äh Playtendo ja bei drei gehört der Chat dir eins zwei drei hallo Chat Ohrenschleppsel rein ich leg los ich will der allerbeste sein wie keiner von mir war ganz allein fang ich sie mir ich kenne die Gefahr ich streife durch das ganze Land ich suche weit und breit ich suche weit und breit das Pokémon um zu verstehen was in diesem macht verleiht Pokémon komm schnapp sie dir in allem was ich auch tu Pokémon oh mein bester Freund komm retten wir die Welt Pokémon komm schnapp sie dir und auf unseren Mut ich lerne von dir und du von mir Pokémon komm schnapp sie dir komm und schnapp sie dir wow super Playtendo das war ja Spitzel ey cool ohne Scheiß guck mal auf deine Follows bis noch da um die Frage danke dass ich da sein durfte wie viele Follows hast du jetzt wie viele Follows hast du jetzt ich kann das momentan jetzt nicht zugucken weil wenn ich jetzt den Browser öffne ich mit meinem Internet ab ich habe halt nur über TS laufen ich habe leider irgendein Steam nicht laufen wow okay ich glaube der Chat kann uns das sagen wie viele Follows du jetzt hast bestimmt 51 51 jetzt hast du 51 eben hast du 20 ja wird bestimmt keiner gucken ich hoffe mal ich werde reingucken das wäre nice also falls es jemanden interessiert ich bin immer Donnerstag Freitag Samstag ab ca. 16 Uhr ja erreichbar super und du spielst die ganz alten Spiele ne ja bis es beim PC geupdatet ist dann kommt auch Playstation und so dazu ja cool ähm warte du bist Playtendo jo Tendo du bist die Nummer 19 nice äh Playtendo auch einen großen Dank und ein großes Lob an dich dass du hier mitgemacht hast dass du den Mut hatte sich hier hinzusetzen äh oder hinzustellen und zu singen ähm vielen Dank dafür äh kein Problem wenn du nicht gewinnen solltest wärst du vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal nochmal dabei ich denke mal schon ich hab das einfach nur mal jetzt durch eine Kollegin die hat mich da äh auf den Tweet hingewiesen dann hab ich gedacht ach machst du auch mal du kommst eh nicht weiter aber wenn ich weiter kommen sollte wäre das echt nicht schlecht ja es zählt ja nicht gewinnen guck mal guck mal du hast vielleicht jetzt äh ich sag mal vielleicht 40 neue Follower gemacht reden wir mal ganz offen und ehrlich du hast 40 neue Follower gemacht ähm davon kannst du vielleicht drei Zuschauer ziehen vier Zuschauer und dann ist das schon ein Erfolg ja vor allem weil die aktuelle Zuschauerrate zwischen 0 und 3 liegt ja das ist so ja das ist so ach schon mal vorhin hast du auf einmal 7 oder 8, 9, 10 und ist doch schön ja super okay ich würde mich freuen unter den Followern dass da jemand vorbeiguckt ja natürlich und euch noch einen schönen Abend ja dir auch danke schön dass du mitgemacht hast und äh vielleicht hören wir uns später nochmal ja danke schön ich bin gespannt okay tschöö das war Playtendo wow was sagen wir dazu ja aber ja das war Pokémon Pokémon ja was war das Pokémon mit dem gelben Pikachu das ist so ein Eierwürfelkopf irgendwas der hat einen Eierschal am Kopf glaube ich ne das ist Calimero ich weiß nicht Pokémon der ist gelb glaube ich